Cheesy Wiese, äh, ruft mich an. Oder ich ihn. Ja, ist klar, ich dachte, das wär's. Jetzt muss ich die Note von eben vermöbeln, denke ich. Ich denke, nicht töten. Er hat ja nur gesagt, ein Exempel statuieren. Hat er das so gesagt? Wenn nicht, sind's meine Worte. Hat er das gesagt? Ich weiß nicht. Egal, mein Gott. Mein Gedächtnis. Eine Lektion erteilen, oder? Oder, oder? Ich glaube schon. Gut, dass ich es aufgenommen habe. Ich könnte ja auch Start drücken und in der Info lesen, was er gesagt hat. Aber ich bin zu faul. Und nicht, dass mir mein Spiel abstürzt. Wo war die in Downtown, ne? Ne, mit wem rede ich denn? Ich rede ich mir selbst und sag, ne? Okay, okay, okay. Zum Glück hält mein Auto, das hält eigentlich schon viel aus, finde ich. Oder, ich bin jetzt... Boah, ich hör nochmal, oder? Ach, mit welchen Fresschen. Ich bin doch gegen sehr viele Häuser gefahren, oder an Laternen. Okay, ist jetzt egal. Okay, die hat anscheinend Leute dabei, wo sie begleiten, beschützen. Oh, okay. Ein alter Sack holt die Note von der Straße. Ja, immer diese geistlichen hier, die... die Christen. Das ist nicht jeder ganz koscher. Boah, das... das... das wird eine harte Mission. Die gehen nämlich ab, die gehen extrem ab. Oh, Alter. Ich hätte... Oh, ich hab doch noch eine Panzerfaust, oder? Oh, das hätt ich besser machen können. Ich Idiot. Ich hätt doch... ...hinfahren können und aussteigen können. Mein Gott. Komm, Junge. Oh, Laterne. Boah, das ist so dumm hier. Zweifel sind echt dumm. Und ein Massencrash. Das... ich weiß nicht, ob ich... Ja, das hätt ich besser machen können. Das wird wohl nix, denke ich. Die sind nämlich extrem schnell. Und bei dem Pisswetter hier. Sehe ich überhaupt nix. Naja, sie sind nicht so schnell wie ich. Oh, oh, der biegt ab. Ich wär fast falsch gefahren. Oh, mach doch nicht so schnell mit deiner Limousine. Mein Gott. So schnell kann die doch nicht sein. Okay. Der brennt. Sehr schön. Geh weg von meinem Auto. Explodiert schon. Yes, okay. Nur noch... Nur noch er hier. Oh, noch ein bisschen. Ja, er springt... Er springt voll runter. Nix faster. Da. Was? Was, Tom? Was wird der jetzt von mir? Warum dem? Der hat eine Abkürzung, ey. Das ist unfair. Und ich hab hier... Okay, der... Den hab ich... Oder er hat sich selbst ausgeschaltet. Fuck, nein, nein, Laterne. Oh, Jomo, macht doch nicht so schnell. Kommt zu CJ. Boah, er fährt wie eine Sau. Und jetzt hier ist... Boah, ist ja schön. Ich glaub, wir sind hier im Gay-Fiddle. Das war dumm. Das hat man... Haha. Yeah, Style. Okay, jetzt hab ich dich. Nicht abbiegen, nicht abbiegen, mein Freund. Nicht abbiegen. Ah, Mist. Er biegt ab. Oh, ich hab's grad noch so... Oh, er fährt ein Baum. Geil. Oh, Mann, du bist... Es lästig. 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 So. Boah, er macht hier die Stadt kaputt. Nein, nicht abbiegen. Wenn er die ganze Zeit abbiegt, dann komm ich auch nicht ran. Hat doch mal eine gerade Strecke hier. Ah. Oh, oh, oh. Okay, jetzt biegt nach links ab. Ah, fuck. Sorry, Kollege, ich schick dir einen Brief. Oh, Mann. Nein. Noch ein Stück. Jetzt, jetzt, jetzt. Auf der Autobahn. Jetzt. Yes. Wunderbar. Nicht aussteigen. Äh. Yeah. Wunderbar. Und jetzt? Okay, Telefon. Und was mach ich hier? Oh, CJ used to play his mad hand, baby. Oh, and by the way. That car just come a bobo on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hole and my club. Oh, for sure, you got that, man. Boah, ja, natürlich bekommen wir von dem viel Geld, weil der hat es ja. Ähm, alles klar. Ich glaube, das waren jetzt zwei Parts. Das hat jetzt ein wenig länger gedauert. Ich glaube, die erste Mission, wo ich in zwei Parts schneiden muss. Aber ist egal. Und wo fahre ich lang? Okay, das war's dann für die erste Mission von Jeezy. Ich glaube, für den muss ich nochmal was machen. Ich behalte sein Auto, weil wir es können. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ach, nein, Moment. Moment, Moment. Ich wollte ja noch was machen. Es geht ja jetzt von der Zeit her. Das Video ist jetzt kurz. Ähm, ich muss noch kurz was in Los Santos machen. Ähm, und was es ist, das seht ihr dann gleich, beziehungsweise jetzt. Yeah. So, ich bin wieder in Los Santos. Und bevor ich euch jetzt zeige, was ich hier will, bekomme ich erstmal einen Anruf. Mal schauen, wer stört. Hey, was's up? Hey, Carl, es ist Woosie. Hey, wenn du ein paar Zeit hast, würde ich gerne, um zu kommen, um zu sprechen, um zu sprechen. Yeah, für mich. Wo sind Sie? Ich habe eine kleine Betting-Shop in Chinatown. Komm her und sich anrufen. Meine Leute werden eine Besuchung erwarten. Das ist ein Plan, Mann. Weiter. Alter. Alter. Ich bin hier gerade fast vom Zug erwischt worden. Und ich habe es nicht gemerkt. Geil. Auf einmal war der Zug da. Okay, mach keinen Stress. Also, ich... Zudem kann ich jetzt nicht. Ich bin in Los Santos. So. Also, warum ich hier bin? Und zwar... Tada. Ja, ein Graffiti, denkt ihr euch jetzt? Aber es ist das 100. Fail. Ich habe kein Graffiti-Dings. Ja, wunderbar. Bis gleich. Ja, haha. Ohne Spoil-Dose zum Graffiti zu fahren ist auch echt dumm. Aber jetzt habe ich eine. Man hätte sich besser drauf vorbereiten sollen. Egal. Okay. Ein großer Moment. Das erste Mal, dass ich 100 Graffitis habe. Mal schauen, was passiert. Yeah, alle Graffitis gesprüht. Und von den Gleisen runter nicht, dass es dann zukommt. Und, gibt es hier irgendwas Besonderes jetzt? Hä, ich bekomme nichts? Habe ich da nicht irgendwas gelesen, dass ich was bekomme? Ich habe jetzt auch gar nicht aufs Geld geachtet. Egal. Auf jeden Fall muss ich das für die 100% machen. Und das wäre es damit endlich. Yeah. Fehlen nur noch die Fotos, Hufeisen, Muscheln oder auch's dann hier. Okay. Also, das war es dann für den Part. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten. Ciao, ciao. 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 Ciao.